Untertitelung des ZDF, 2017 Tja, tja, tja. Ja. Das ist gut jetzt. Ja. Wir sind halt nicht freundlicher. Wir haben zwei Technologien. Die LiDAR-Technologie. Sie comparent alle Gebäude mit der Map. Und die andere ist der GPS-Technologie. Wir haben zwei Technologien. Die LiDAR-Technologie. Sie comparent alle Gebäude mit der Map. Die DAS-Technologie. Die DAS-Technologie. Wir haben zwei Technologien. Die DAS-Technologie. Das ist gut. Die DAS-Technologie. EOLO, mach einmal den. Vielen Dank. Vielen Dank.